Ich bin hier an einem sehr schönen Ort in Malaysia, in Penang. Das nennt sich das New World Park. Genau, das ist das New World Park. Und es sieht total schön aus hier. Dort arbeite ich jetzt. Da ist mein Coworking Center und mein Coworking Space. Und ja, so sieht es aus hier. Es gibt viel freie Fläche. Und dort hinten ist auch ein Food Court, ein Essbereich. Ja, ein Essbereich, wo ich dann auch jeden Tag essen kann. Und ja, so sieht es hier aus in Malaysia. Ich fange an, Malaysia zu lieben. Das ist ein echt schönes Land.